Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochs-Update vom 27.09. und zu einem der längsten Updates überhaupt, denn es hat ganze, vom Warten her, elf Stunden gedauert. Ja, ihr habt richtig gehört, es hat eine ganze, ganze Weile gedauert. Das ist natürlich nicht die ganze Update-Zeit, dennoch waren es, glaube ich, jetzt sieben Stunden, die das Update gedauert hat. Und warum ist das so? Bleibt dran zu diesem Mittwochs-Update. Als allererstes ist eine kürzere Questline, so von 10 Minuten mit Mario reingekommen, zu dem ihr natürlich hier nach oben müsst, um dann die Belohnung oben mit ihm zusammen zu erspielen beim Observatorium. Um die Quest machen zu können, musst du Elsa Enstein in Nick Stonegrounds Lager gebracht haben und Marios Observatoriums Wettbewerb freigeschaltet haben und natürlich Star Rider sein. Dafür bekommt ihr dann als schließlich und endgültige Belohnung dieses formschöne Haustier und 155 Spieler-Erfahrung. Doch das ist nicht der Grund, warum das ganze Update so lange gedauert hat. Nein, es ist finally passiert. Der erste ukrainische Server ist nun abgespaltet worden vom russischen Realm Pool und nun aus Russland nicht mehr erreichbar. Und das hat Star Stable sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und dazu geführt, dass Star Stable eben so lange gebraucht hat, um das Ganze zu schaffen. Deswegen war das Ganze ein bisschen länger down und hat länger gedauert, aber es sind noch ein paar weitere kleinere Sachen passiert, denn auch die magischen Pferde rotieren. Und es gibt nun, nachdem die ersten drei Weinfelds das Spiel für immer verlassen haben, drei weitere Pferde, die ihr natürlich wie gewohnt hier vorne zwischen Morland und Vorpinta dann erwirtschaften könnt. Und das sind nämlich dann die beiden Pferde, die dort dann bis zum 25. Oktober nämlich sind. Und das sind Hamara und Antea. Und die gucken wir uns beide gleich nochmal genauer an. Die nächsten Tage dürfte dann auch die nächste Roadmap erscheinen. Wir sind ja wieder am nächsten Punkt angekommen, wo dann definitiv auch das nächste große Ding dann drin sein sollte, denn es steht ja schon vor der Tür, dass wir schon so in zwei Wochen dann auch das Halloween-Update bekommen. In zwei Wochen, wie gesagt, deswegen haben wir auch noch ein Update, was dazwischen sein wird und dann nämlich kommt. Und das ist auf Jaspers Farm, nämlich nächste Woche haben wir dann auf Jaspers Farm den Fuchsärger und eine kleine Nebenquest, so als Lückenfüller zwischen dem großen Geburtstags-Update und dem noch viel größeren Halloween-Update. Das erwartet uns nächste Woche. Doch diese Woche noch einmal die magische Pferde-Rotation hier bei Gary Goldsan. Dort sehen wir dann in der letzten Geburtstagswoche im Übrigen, die auch noch natürlich aktuell ist, sehen wir die beiden Käferpferde, nämlich Hamara und Antea. Die beiden Pferde, die als Rasse dann natürlich auch nochmal als eine sehr coole Variante sehen, wo man nämlich dann überhaupt nicht anmerkt, dass sie nämlich dann, wenn ihr sie unverwandelt seht, nämlich so gar nicht so cool, man sieht es ihnen überhaupt nicht an und das fand ich bei diesen beiden Pferden eigentlich sehr, sehr cool. Also ich finde, sie beide sind echt nice gemacht. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Sagt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.